Weißt du, manchmal reicht die Lautstärke der Musik zuhause einfach nicht mehr aus, um den Schmerz in mir drin zu übertönen. Der Schmerz vom Alltag, von Montag bis Freitag. Der Schmerz von dem Gefühl, immer abgestumpfter zu werden, nur um zu funktionieren. Muss einfach raus in die Nacht und rein in die Musik, dahin wo meine Sorge von morgen verfliegt. Und wenn es immer noch wehtut, dann drehen wir die Musik einfach lauter und wir tanzen. Tanzen, bis wir nichts mehr fühlen. Tanzen, bis wir nicht.